Heute ist auch kein Masch dabei, der sich beschweren kann Die Karte wollen wir spielen Die, die da gerade ist, würde ich sagen Lassen wir alles so, nur noch Henning dazu und Schub Ja, ich mag die auch nicht wirklich Aber wir müssen auch Aber es hat doch nun keinen Sinn, sich darüber aufzuhören Oh shit Ja Okay Das wird interessant Volker Wir gucken mal Komm, knudeln, ne? Du bist nicht mit Volker in einem Team Nein, das geht ja darum, wenn ich wieder Hunter bin oder so Jockey Jockey, ja Jockey Er ist raus Spieler 2 ist weg Der mag uns nicht Er wollte doch lieber mit dir spielen Er hat noch mal Rage-Fit gemacht, um gleich rein zu joinen und dann ins andere Team Aha, der ist er wieder Der ist er wieder Ja, bei einer Lumpy Da brauchst du dir noch was X gegessen Henning, sag mal was Boah Hier oder lieber von... Wir können ja das mit der Säure wie letztes Mal versuchen Volker ja auch Mein Ping ist... Ja, für Volker normal, äh, gut, meine ich Mein Ping ist top, hallo, der ist unter dreistellig Der ist top Jonas ist bei 119 Ich glaube, die sind vertauscht Ja Quatsch Ist er jetzt über Funk drin, oder was? Ne, ich wüsste, aber er geht runter Ja, aber er geht runter Ja Ganz langsam, aber... So Schwung in die Kiste und ab geht Abfahrt Wir machen das mit dem Anschreiben, Volker Guma hätte irgendwo... Guma ist tot Guma ist tot Wo seid ihr? Ich seh nix Mocha hat mich, Mocha hat mich Schön, schön, schön Hinterm LKW Du musst wieder mehr da zurück Du bist... Er kommt glätt weg von uns allen, ey Ja, ich hab nix mehr gesehen und dann seid ihr alle weggelaufen Jonas, ich muss auch dazu sagen, ich hab die anderen Beine nach vorne gestoßen, also tschau tschau Der war schön Der war schön Der war schön Der war schön Okay, fragen wir nochmal auf Tobias Oh, hier ist ne Spritze Habe ich noch überein? Spritze? Ich fühl mich impfen, ich fühl mich impfen Okay, okay Komm rein da Hey Daniel Urlaub machen Ja, schön, komm rein Komm rein, ich bin bei dir Danke Susanna Komm rein, komm rein, komm rein Komm rein, komm rein Komm rein, komm rein Oh Mann, komm rein Oh Mann, komm rein Tata Tata Ekko Haha Peter ist tot So Ich fühl mich, dass Mocha gerade war so schlecht bei der Charo gerade Reloading Komm rein I'mma reload Ja Au Musste raus Mocha irgendwo Hunter irgendwo Hunter, Hunter Danke Ja Nächste Spritze noch Oh 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 Nick hat'n Smoker Reloading networks havn So, weiter Komm Hey, I'm reloading There I'm reloading Bap 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 I'm reloading Okay, zusammen Warte auf euch Reloading Okay, was haben wir gemacht? Haben wir ja Ääähm Ja So Ehh Okay, los Ja Smoker! Smoker rechts! Hunter! Charger hat mich! Oh das ist gut! Hunter hat mich wieder! Die Bots machen nichts! Was ist denn das? Ich stehe in meiner Koste, Alter! Ich hab 32 Punkte für Coaching! Oh shit! Shit! Einer ist tot! Einer ist tot! Ich bin mir sicher! Ja Volker! Der Bot macht wieder nichts! Oh das war wieder Kacke! Gibt es eure? Nein in der anderen! Für den falschen, gut! Oh nein! Ich wurde erschossen! Ich war froh, dass ich eingetroffen habe! Mmmh... Bebel! Der Monster ist gleich tot! Scheiße! Richtig scheiße! Das war richtig schlecht! Der wäre tot gewesen! Smoker hat mich! Smoker hat mich! Oh nein! Buma! Das ist doch Bouma! Buma! Buna! Buna... Buna! 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 against! Buna! 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 Buna, heil' dich mal! Ich hoffe noch Volker! Spreng! So! Ich heile mich jetzt erstmal! Hmmh... Ah eh... Oh ich bin, ich bin bereit! Okay, ich bin bereit... Aber übergeschreckte Schossen vorsichtig auf die Spiller-Scheiße-Achen. Alter, wo ist der denn hingeflogen? Das war ein ganz komischer Sprung. Das waren drei Schuss. Ich vermute mal, wir haben hier Hackers. Ich würde sagen, das war ein neuer Weltrekord. Ich würde sagen, das war Hackers. Wer ist dieser Hacker? Und Hunter? Hunter hinter dir! Hunter hinter dir! Achtung auf den Benzin, könntest du aufpassen. Ja, hab ich gesehen. Nick, du Idiot. Muss ich jetzt zurückbleiben. Lade nach! Wir müssen nicht unten rein. Wir können gleich durchraschen. Wir würden es sonst nicht weiter schaffen. Oh, ne Spritze. Die denn hier haben wir mit. Wer hat mich? Aua! Boah! Alter, alle vier! Scheiße! Komm schon! Jetzt müssen wir doch unten reingucken. Der war gut. Der war lecker. Smoker! Hier haben wir einen Defi. Den nehme ich schon mal mit. Necker! Nimm mal mit. Der hol den da hinten, genau. Ich habe einen Hunter. Ich bin alleine. Sag mal, du holst ja auch gerne die Hunters, ne? Smoker hier unten. Auf dem Platz. Achtung, 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 Achtung. Vorsicht, da ist ein Smoker unten. Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Sch... Wo hänge ich jemanden? Tata irgendwo? Ey, so eine Scheiße. Tata! Tata! Ja, ich habe mich schon in die Tür gestellt, weil ich das schon geahnt habe. Ah, ne, alles kam. Komm, Volker. Ja, wir gehen einfach mal. Hast die beiden Bots da hinten? Warte mal, lass mal kurz auf die Wagen. Ja, aber lass dann Sicherheit auf die Wagen. Smoker hat mich. Smoker hat mich. Smoker hat mich. Smoker hat mich. Ich bin unten. Ach, ich bin gerade zur richtigen Seite. Ja. Komm, jetzt müssen wir mal einen hier kaputt hauen. Wir brauchst du easy. Schweißt du Charger? Komm, jetzt. Ja, 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 rein. Ja, schön. Und jetzt runter, runter. Hallo, Nick, schieß doch mal, du blöder Vollarsch. Ich rei doch nicht so. Wenn der zu dumm ist. Ah, kacke, Digga. Wieso liegst du denn jetzt? Weil ich nicht immer gekotzt hab. Wieso fällt man vom Kopf so hoch? Ich könnte schnell Hilfe gebrauchen. Ich könnte sehr schnell Hilfe gebrauchen. Scheiße. Du kotzt mich halt einfach. Alter, wieder so klar, Alter. Gibi, gibi. Mach nochmal das. Komm. Oh. Zu spät. Ja, einer liegt. Ja, aber der andere wär tot. Ja, ich bin nicht rechtzeitig gespawnt. Volker, stimmt gleich. Jawoll. Oh, ich werd gesmoked. So, lass weitergehen. Wer hat jetzt grad sein Mikrofon abgelutscht? Ich nicht. Charter. Charter. Oh, fuck. Ich liege. Mach dich mal platt. Scheiße. Hunter. Hast du noch Krill? Ich hab gar nichts mehr. Geil. Und schon mal die Kirsche. Von oben hättest du machen. Oh. Oh, Glück gehabt. Alter. Ich hab mich gern vor euch geopfert. Echt? Hast du's abgekriegt? Ja, ich hab gar nichts abgekriegt. Ich hab ja Menschen-Operation Menschen-Schutzschuld gemacht. Geil. So. Charter? Ja, mach mal ein bisschen packig. Ja, schuldig nicht. Ja. So? So. Hier bei dem Lie... Oder so. Bei dem Liegenden. Ja, ich komm schon. Kriegen wir nicht mehr. Wir können auch Goatshaven. Keiß ich hänge oben am Spot, am Smoker. Ist das jetzt dein Ernst? Ja, weil er nicht... Die könntest du aber von unten treffen. Nee, ich hab keine Munition mehr. Oh. Haha, das war's. Nee. Nee, hat mir geholfen. Oh, schön. Hoch runter. Komm runter, komm runter. Ich brauch deine Hilfe jetzt. Ich hab gar nichts mehr. Was? Der lebt noch? Nee, der Volker. Nein! Komm mit, Volker, komm mit, Volker. Nein! Ich muss auch sagen, dass... Du warst doch die Defi. Alter! Ich hab den Defi, ja. Was soll das, Henning? Was soll das? Ich konnte ihn auch nicht. Das war mein Volker. Am Arsch. Ich bin nichts am Arsch. Oh. Da knabbert ihr mir doch die ganze Zeit dran rum. Nee, ich war auf dem Kopf. Schön. Erste Runde. Ja, du wolltest mich schreiten. Gute 10 Minuten gebraucht. Ja, du wolltest mich schreiten. Wir müssen erst noch spielen. Nicht so wie gestern. Zehn Minuten. Beide erste Runden. Ja, kein Tank, ne? Oh, wie gesagt. Kein Tank da. Bisher. Sorry, Leute. Fünf Meter weiter wird Tank gekommen. Fuck. Fünf Meter weiter wird Tank gekommen. Nö. Wir können den nicht herausfinden, weil die anderen... Weil ihr nicht so weit kommt. Nö. Nö. Könnt ihr gern vor euch nen Tank spawnen lassen? Keine Sorge. Nö, danke. Kann den Cheats heute machen. Let's Fetz. Wir kommen auch ohne, gut klar. Let's Fetz. Okay. Shit, I used to go there, when I was a kid. Okay. Charger. Ach, echt jetzt. Sonst haben wir ja hängen. Hunter. Achtung. Na egal. Booma. Nö, schön. Ich find's voll cool, dass ich nicht den schlechtesten Ping hab, ne? Freu ich mich voll. So, solltest du doch gewöhnt sein, Freika. Nein, ich hab ja sonst immer den schlechtesten. Ich hab aber mal nicht den schlechtesten. Jetzt hast du nicht den schlechtesten. Nein. Oh, oh, hallo. Kann sich mal da umdrehen? Oh, sag doch mal was. Ja, guckt euch doch mal um. Wenn ich dann, wenn ich dann, wenn ich die Einzige bin, der auch mal nach hinten tut. Schön. Fetz klick direkt. Alles fast komplett durchdruck. Ah, das geht ja schon wieder so. Hunter. Ja, Hunter. Hunter, 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 Hunter, Hunter. Hallo. Da müssen wir mal ein bisschen lauter steinen hier. Ja. Alter, das kann doch nicht wahr sein, ey. Oh, ernsthaft jetzt? Schön dreimal einmal auf Handy gepasst. Smoker. Ich würde jetzt ungerne hier wieder sterben. Die Szene kenne ich schon. Nein, nein. Somit wart ihr aber da nicht. Ihr wart noch hinterm Auto. Aber ich bin genau an der Stelle gestorben. Ach so. Adrenaline Shot hier. Weiter, 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 weiter. Weiter, weiter, weiter. Verteil ich euch mit der Kamera. Klick, rechtsklick, rechtsklick. Hm. Oh. Ja, vergesse ich mal. Ah. Ja, vergesse ich mal. Hat dich. Ja, ne. Hey. Haben wir da oben irgendwas Gutes? Ne, ne. Hey, schon gleich. Geh, pelt ihn hier. Oh. Jo. Oh. Und noch, noch Galle. Nur den nämlich ich werde. Ja, wir müssen jetzt auch mal kacken. Volker Bach machen. Jockey. Charger. Splitter. Oh, kacke. Wow, einfach mal alle hat verkackt. Das wäre die Todesfalle gewesen. Hätte nicht funktioniert. Ja. Hätte. Aber der Charger hat sich jetzt verkackt. Das hat er, hat er, hat er. Ja, jetzt läuft er auch noch weg. Sag mal, wie dumm ist er eigentlich? Wort wahrscheinlich, oder? Ja. Warte, warte, warte. Dümmer oder genauso dumm. Ja, jetzt bin ich bereit Volker. Na ja, das hättest du auch zum Masch gesagt. Hey, I'm ready. Ja, ich seh. Jockey. Oh! Ja, was ist da denn aus? Ich bin der Schock. Hey, hey, hey. Hey, seriously? Oh. Oh. Smoker. Schnapp ihn dir Tiger. ECHT JETZT! So, komm jetzt. Komm schon. Raus, Alice. Immerhin, der Bot ist was abgezogen. Okay, weiter geht's. Da oben gibt's ne Sniper. Nein, gibt's da nicht. Hunter. Hunter, 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 Hunter. Och, leck mich am Arsch. Nee, lass mal. Smoker. Smoker, Smoker. All right, Weapons. Smoker. 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 Ach und schön. Ich seh nichts. Okay. Dober nachdenken, ob ihr euch nicht heilen solltet. Ja, gib immer mal Deckung. Äh. Bist du Volker? Spitter? Ach, zu früh gespielt. Ja. Lass auf mich warten müssen. Warte, warte, warte. Ah. Jockey. Hunter. Oh, kacke, die Falschen erwischt. Spitter, spitter, spitter. Raus, 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 Alice. Gibt's ne Spritze drin? Wenn du der Alice 5 mal anschreist, der wird trotzdem nicht drauf reagieren. Vielleicht hört er ja mal. Oh, fuck, 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 fuck. Man darf die Hoffnung nie aufgeben. Herr Henning, wie die Partei schon sagte, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Ja. Ist doch dieser Typ, der aus der Partei ausgetreten ist ein bisschen komisch drauf. Er hat sich ja gegeben. Er ist aus der Partei ausgetreten. So, hier, hoch. Spocker. Alter, echt jetzt. Boah, fucks bitte, Achtung. Wo, 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 raus. Ja. Ja, der hat mich. Hier unten. In der Zeit. Hab dich, hab dich. In die Busch. In die Busch. War etwas verstecklich gerade und sich abgemisieren. Nee, komm hoch, komm hoch. Ja, komm, komm gerne hoch. Oh, ja, das war's aufsicht. Ah, ein Boomer. Oh, fahr. Oh, fahr. Ich hab's ja tot jetzt. Ah, shit. Ich brauch mal schnell Cover, dass hier kein Splitter reinstückt ist. Ja, ich bin da, ich bin da. Jockey hat mich, Jockey hat mich. Wo bist du? Sieht keiner. Sieht keiner. Alice. Und Alice steht daneben und guckt. Rechtsklick macht er. Alice macht Rechtsklick. Okay. Hat er. Komm, kommt ja. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Charter. 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 Essen. Pizza unten? Achtung. Könnt ich runter. NCT. Hat er. Hat er. Habt ihr im Griff? Alice hat einen Smoker? Armin. Lass es bitte auch. Gut. Ok. Ist tot. Ist gut cái sugar as Guy. Weiter weiter. Heilen, Tobias. Jetzt heilen. Heilen. Hold up. Healing. Fort Goes. Ich geh wrestключ. Gut. erledigt. Wunderbar, dann schlage ich vor, dass wir hier direkt den Abgang machen. Sollen wir alle unten? Nein, das sind natürlich nicht alle unten. Ich bin unten, ich bin unten. Ja, aber Alice move. Kann man eigentlich auf Alice schießen? Ja, ich bin gleich auf Alice. Okay, da ist es. Ich fasse es nicht. Charter. Ist es egal. Ich liege. Na toll, Alice. Oh Volker, mach doch mal. So einer hilft mir mal, der andere kann coveren hier. Ja, die kann man durch, die geht mir nicht hin. Okay, Vollgas, Vollgas, Vollgas. Oh kacke! Weißt du mal, wir müssen jetzt nur noch weiterkommen? Ihr seid schon weiter, ne? Ja. Ja, eben. Wir wollen ja ein bisschen Abständnis haben. Lass dich die Spritze, kannst du gleich mitnehmen. Ja, nehme ich auch. Schade. Ich mach jetzt nur noch einen Meter. Hab dich. Ja, er liegt. Sehr gut. Im letzten Moment noch. Was macht der Bot da hinten eigentlich schon wieder? Ach so, einer rushen nach vorne. Ah, fuck! Doch, jetzt laufen. Spät. Jo, ich bin sicher. Ja. Ja. Sehr gut. Wenn ihr es jetzt auch noch hoch schafft, wunderbar. Oh nein, 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 lauf! Ist mir egal, ich liege. Okay. Leider gut. Geh rein. Ist sicher. Ich wollte dich unbedingt haben. Everyone, inside! Ja, stimmt. Komm die Tür auf! Schnapp dir den letzten! Mach die Tür wieder zu! Jetzt lassen wir den, jetzt lassen wir doch den auch! Komm rein, komm rein! Komm rein! Ich komm rein! Ja, nein, lass mich doch rein! Du musst rein! Puh! Sehr schön, sehr schön. Ich wollte Tobi noch auf die letzten Metern weg natzen. Ja, hast du ja auch geschafft. Das hast du ja auch fast geschafft. Ich habe auch fast keine Munition mehr, also... Ich hatte keine Munition, wo ich gefangen habe. Boah! Hm? Das war gut! Ja, ich habe ja Zwischendurch einmal nachgeladen, aber trotzdem... Okay. Ach, ja. ... Nächster Jockey Red. Neun Sekunden? Ha! Ich bin Sieger. Ich kann den längsten reiten. Ja. Hä? Ich bin Sieger. Ich kann den längsten reiten. Ja. Heh heh. Können wir? Ok, sind wir bereit? Sind alle da? Ess ich dann du? Charter Charter Hacke Charter Hält mal um immer Rechtsklick zu machen, man! Ihr Pisser Immer diese Menschen, die nur Rechtsklick drücken Ja Ich hab richtig zu schießen, weißt du? Ja, ich hatte nur ne Scheißwaffe Nächstes Mal schieße ich richtig Wenn ich ne richtige Waffe habe, schieße ich auch richtig Du kannst auch mal ne Scheißwaffe schießen Ja, aber die ist scheiße Warte, warte, warte Charter Gehört nicht zu D Das D, glaub ich Das D Ja Oh, hat mich Ja Dann sag es nicht, der kommt doch nicht Ich hab ein Messer Ja, bot, der läuft doch nicht durch, ey Witzig darüber, dass das Spitter kam und sie läuft durch Hier ist ein Molly Hier sind richtige Waffen Ja, ich lauf schon zurück Na hier, was ist da, was ist da? Ich bin schon da, ganz ruhig Ja, die hat gesagt, er läuft zurück Ja, die hat gesagt, er läuft zurück Gut, gut Ja, warum? Die gibt's die Waffen Ja, aber da war ein Ding mal Da hat einer einen Smoker Da ist nicht verkehrt, wenn der normaler ist Deshalb immer mal umschauen Wie ich immer sage, immer umschauen Immer die Tagesumschau Immer Ja Wart auf dich Volker Oh, fuck Ich bin mit Spieler 2 weg Ja, am Jockey Das war weit Nein, haut ab, haut ab Scheiße, halt immer noch Oh, fuck Raus, raus, raus Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck I'mma reload Wer zum Rechtreisen fahren möchte Das ist bitter noch Vorsicht Ich muss sich heilen Oh, scheiße Dank Genieck Hat's recht, ich hab ne Rohrbombe Ich hab's gebrochen Smoker, Smoker 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 Jockey Der sucht auch nur Freunde Hier sind ordentliche Waffen Oh, endlich Hier sind auch endlich ordentliche Waffen Oh, endlich Hier sind endlich ordentliche Waffen Eigentlich Also ist klar, Henning Er weck ich mir, ne Guck ich mir da Guck ich mir da Hamstream an Ja, mach das Aber für mich sah das aus, als wenn du das Regal angeguckt hast und geguckt hast, was im Regal war Nee, ich hab dich angeguckt Ich hab dich natürlich angeguckt Oh Gott, wo ich dich angesprungen hab, bist du in dem Moment hingeglitcht Das ist wahr? Ja, der Bot war dumm Alles gut Oh hell yeah I'm taking an auto shotgun Boomer Bitte Ja, sehr gut So, ihr könnt Ich rief mich doch nicht mit ner Bombe ab, ihr könnt rauskommen Entschuldigung Ich musste irgendwas werfen Tank Fuck Tank Rush Meter Ich liege Mach Meter Mach Meter Lauf Lauf weiter Lauf weiter Lauf weiter Links hoch Keine Ahnung Keine Ahnung Scheiße, du hast verloren Mach einfach Meter Ich kann Ja Scheiße, Zockis Wir gehen zum Schwindersparer Hier, da ne, wir gehen jetzt ins Kinderkarussell Möchtest du die Lokomotive fahren? Ach guck mal, hier ist doch auch ganz nett, die gucken dich alle an Ach sein leise Niemand mag dich Möchtest du die Lokomotive fahren? Ach guck mal, hier ist doch auch ganz nett, die gucken dich alle an Ach sein leise Niemand mag dich Und du hattest Pillen, die hattest du reinhauen können Ja, die hab ich eben gerade geholt aus dem Schrank da Ja Und dann stand ich da schon Und äh Hab mir gerade wieder neue geholt, weil ich Nachschub spüren wollte Ja, da kam er dann Ja 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 Gucken wir mal Gucken wir mal Wir wissen, es gibt nen Tank Das ist Ja, das ist blöd Das ist gut Riecht gut Geht Aber ich hab das richtig gut Wer es nicht gut findet, hat den Tank nicht verstanden Oder ist im falschen Team Dann ist es so minimal geil, dass du jetzt gerade die Chips mitten ins Mikrofon reinbrust Zwar wirklich so ins Mikrofon Ich hab nen Charger übrigens So, ich stüh überhaupt nichts Volker hat 2 mal 1 Ich hab nen Jockey Du machst halt die Hälfte schonmal weg Die Horde hat aber auch viel Meine Fresse Der hat gar nichts abgezogen Ich lach, ich muss erstmal nachladen Du hast doch unendlich viel Horde, was mit dir passiert Du hast ja gar nichts verloren Wer kommt Einer ist alleine Was machst du denn? Warum seid ihr wieder im Safe Room? Ich hab gesagt, ich hol mir Munition Und die Bots haben gesagt, ich auch Was machst du denn da? Da muss man doch nicht mal rein Oh, Laser Visiere Charger hier drin Komm, Laser Zeiss Zeiss hat er Laserzeit Zeit Na komm, komm jetzt Irgendwo ist ein Smoker Boah, Alter Wie lange willst du denn noch da warten? Ja, Smoker hat mich nämlich jetzt Guck mal Du bist da hinten und tötest ihn noch nicht mal Ach Hast du keine Lust oder was? Guck mal, ich guck mal Du hast nen Hunter Jockey Ja, hat mich Habe ich gar nicht gesehen Habe ich gar nicht gesehen Hopp Mann, 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 Mann Okay, zusammen Oh, scheiße Charger, Charger, rechts Hallo Ja Ja Lass mal an sie das bitte an Leck mich doch Ne, lass mal Erst, kipp, rechts, kipp Erst, kipp, rechts, kipp Boah So, ich muss mich erstmal heilen Ich kipp gleich um Ach das Ist mir nichts Anni, es war herzgemein mit den Chips Das ist halt so minimal Ich hab nen Smoker Wo bist du denn da? Ach, scheiße Oh, sehr gut Ich hab nen Jockey Ja, ich seh nix Ja, toll Ich weiß nicht wo du bist Ja, ich liege Alles gut Kann nicht mehr weglaufen Ich hab mich hingelegt Mocha hat mich Mocha hat mich Mocha hat mich Mocha hat mich Was machen die Bots denn da? Ja, die sind bei mir Ja, und die tun nix Und ich bin gleich tot Ja, und die tun nix Ja, und jetzt klickt ihn tot Hier und schießen noch nicht mal Ist das ein Bot? Hier tot Ja, ich bin tot Das ist ein Bot, der Charger Er trifft? Alter, was ist das für ein heftiger Bot Alter, sowas Ja, geil Oh, Coach, geh da doch raus, du blöder Oh, Gott, ist der dumm Oh, Gott Ey, was ist das? Wie willst du denn mit solchen Bots gewinnen? Alter, sind die dumm heute Was war das? Wie willst du mit solchen Bots denn gewinnen? Du hast ja gar keinen Das ist ja richtig ohne Chance Echt, euer Charger richtig top Unser Charger fuhlt ihr 10 Meter weg Und der tackelt voll gegen ne Wand Obwohl da keiner in der Nähe ist Erst tötet der den einen, der am Smoker hängt Und dann chargt der noch den anderen weg Alter, das war... Hammer Ne Das war hart Das war hart Das war richtig hart Ich hoffe ihr macht jetzt nicht Ragequid Das war schon echt heftig Gleich Alle bereit? Wir trollen gleich, wir gehen gleich gar nicht erst aus dem Safe rum raus Ne, wir müssen... Dann machst du nämlich Ragequid Ah, erst tut er nicht? Äh... Weiß ich nicht Oh Mann Das käme mir natürlich gelegen, ja Smoker Noch ein Smoker Das geht Was ist das denn? Wie konntest du dich bitte schön befreien, ganz ehrlich? Rechtsklick Rechtsklick, obwohl du schon lange an der Zunge hängst Ich hab einfach nur Rechtsklick gedrückt und er hat sich befreit Alter, was ist das für ein Schock Ach, komm schon, als wenn du nichts abgekriegt hast Adi, benutzt du überhaupt dein Headset-Mikrofon? Ja, wieso? Wo du einfach dritter raus Wenn du weit weg antwirst Ja, wenn du weit weg antwirst Ja, wenn du weit weg antwirst Meine... Headless-Tankst Werdig, egal So, ich muss noch ein bisschen Munition Ja Hey! Ja, wahrscheinlich Bam, bam Weißt du, ich hab dich schon in der Schlinge Äh, ich muss noch mal kurz Munition, ähm Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Schaut hinter euch Oh! Wie gesagt, wir tryn jetzt Wir fangen nochmal von vorne an, okay? Scheiße! Und weiter! Ja, hier kann man nix wo spawnen, obwohl ihr um die Ecke seid Scheiße! Nix! Nix! Buh! 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 Was macht der Bot da eigentlich schon wieder? Buh! Du kannst nichts an... Was ist denn das für... Was... Was soll das denn, Bot? Du kannst... Du kannst so nicht spielen. Meine Föße... Irgendetwas... Scheiß Jockey... Eigentlich kannst du wirklich Rage-Cut machen, weil es bringt uns nichts mehr. Wenn du die Bots hier siehst, wie sie da rum... Der Bot steht im Flur, guckt euch an, dreht sich um, geht weg. Wollte ich gerade sagen, komm ganz langsam hin, dann kriegen sie eine Kugel ab und auf einmal stehen sie auf und gehen langsam weg. Echt, das ist doch... Das sind die... Nee, das ist G, die behindert ist das. Die Clan-Stunden der KI. Kann ich schon wieder nicht spawnen? Was was für eine Scheiße? Hunter? Ja, ist richtig. Reim auf ihn rauf und trotzdem frei. Echt, die leck' ich noch am Arsch. Dein Ping ist doch so gut, was ist denn los? Nee, Volker Spring ist auch nicht mehr so gut. Alter, sag mal! Hammer ist denn jetzt langsam mal hier? Feine Fremde. Mokka? 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 Spitter? Mokka? Mokka? Komm, Bot, er teleportiert. Okay, soll mein Recht sein. Okay, mach mal die Tür zu, wenn ihr drin seid. ja der bot ist wieder dumm schwein gehabt gut weiter es bringt nichts mehr das ist halt wir können wirklich aufhören vollkommen wir brauchen nicht wir spielen jetzt wenn du die pots siehst das ist so egal alles liegt machen wir noch ein bisschen das machen alles da ist die witsch scheiße jockey hat mich wir drehen das blatt mal ganz kurz ein bisschen das ist raus hast du den jockey erschossen aber wir müssen auch erst mal weiter kommen aber das ist unsere chance jetzt mal ein bisschen was zu drehen noch aber bezweifeln kann aber egal am anfang war zu viel aufgehalten ja alter daniel du musst echt wir müssen echt mal deine ganze infrastruktur einstellen bei dir wieso was dann du bist in einer tour bei mir beim rauschen ja das ist aber wenn du die voice activation so hoch eingestellt ist bei dir dann also niedrig wenn du auf dauer senden stehst ich werde gesmokt ja die bots sind da ein bisschen zurückziehen wieder ich werde schon wieder gesmokt ich habe die smoker umgelegt nein die werden die leute werden immer nur abgenommen davon und dann war es das so noch mal weiter kommt weiter weiter brauchen wir nicht weiter einfach weiter wir machen nicht den selben fehler wie die ach man ich fand den gut haja achtung spitter dreck sagen wir kommen nicht weiter du bist alleine okay wir kommen zusammen zusammen oder nicht und dann dann und dann ich ist ja ich 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 nein wofür vielleicht gibt es da was gute okay es muss mich hier verstecken weil ich nicht mehr sehen ich habe jockey ich habe jockey hier gleich noch nicht und er hat am raum und mann ich koch krieg nicht die herren in den tunnel total sich nicht heilt sich Ja. Hast du gemacht? Oh, ich bin gesmoked, aber nicht liegen. Ja, wieso bist du schon so weit vorne? Die haben sich alle geheilt. Hunter am Tunnel. Warte, ich bin gleich da, ich bin gleich da. Hunter ist da vorne. Danke. Ich bin gerettet. Ich muss jetzt heilen. Ja. Okay, muss ich nicht. Ich muss aufgolfen. Oh. Alter, lass mich doch mal fünf Sekunden in Ruhe. Das ist der Bot gewesen. Das ist der Bot gewesen. Das ist 5 Seconds. Das ist der Bot gewesen. Wir haben schon wieder Heft in den Bots. Ja. Ich brauche gleich mal Munition. Ja. Kriegst du gleich drüben im Raum. Nee, auf oben. Ja, drüben im Raum. Jockey, Jockey auf Coach. Ja, ich bring mich nicht. Sie müssen Munition holen. Sehr schön. Okay, Spitter hat ver... Weiße. Oh. Spitter hat nicht verkackt oder was? Spitter hat nicht verkackt oder was? Spitter hat nicht verkackt oder was? Nein. Hat versperrt, würde ich sagen. Ja. Jockey hat mich. Ja, ich bin dabei. Ja, ich weiß nicht wo die Bots sind. Und Nick ist... Guckt irgendwo anders hin. Oh, Nick, du bist so ein blöder Vollarsch. Ey. Ah, Jockey. Smoker, Smoker hinter euch. Ja. Smoker, Smoker. Meine Fresse. Lass mich doch mal 5 Sekunden in Ruhe jetzt. Waaah. Jetzt habt ihr die ganze Zeit so ne verkackten scheiß Puma. Ja, Dings ist tot. Wir haben eins verloren. Ja, stell doch mal irgendwo in die Ecke, dass wir da nicht immer von allen Seiten geschlagen werden. Weiter. Okay, Weg blockieren. Nee, weiter, 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 weiter. Charger, Charger ist da drin, Charger ist da drin. Nein. Kann er nicht. Kann er nicht. Kann er nicht. Kann nichts machen. Ey, wo ist ein Puma? Puma ist tot. Ja, warte, ich bin auf dem Weg. Smoker hat mich, Smoker hat mich. Hallo. Ja. Ich bin nicht mehr so schnell. Ruckers. Ruckers. Ruckers auch gar nicht. Du willst ja auch mal töten. Nein, nein, nein. So, ich heim mich jetzt erstmal. Töten ist keine Lösung. Wirst du Pillen? Ja, los. Komm her, Volker. Komm. Oh, Boomer. Gut, ich hab mal den Boomer erledigt. Oh, Boomer. Oh, Boomer. Verdammt. Rarger von vorne. Ja, Rüschlick, ja. Oh. Oh, runter, runter, runter. Okay, stell da mal den Witch hin. Oh, jetzt geht er runter, du Idiot. Wir versuchen die Witches hier vorne. Wollen wir auf sie schießen? Oh, Arschlecken. Stell auf meine Witchen einfach so. Ja, ja. Oh, schnell dran vorbei. Dran vorbei, dran vorbei. Oh, nein. Oh, Mann. Oh, nein, scheiße. Oh, fuck. Ja, beides. Komm, rechtsklicken. Querschläger. Querschläger auf die Witch. Scheiße. Und jetzt kommt die Horde. Und jetzt kommt der Charger. Und jetzt kommt die Säure. Volker, wenn du jetzt ganz kurz durchhältst, dann... Nein. Oh, nein, jetzt muss der Ficker auch noch nachladen. Nein. Mein Gott, ist die alte Dom. Halt dich bereit. Du könntest eventuell irgendwo auf den Scheißern noch. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Umdrehen, 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 umdrehen. Gut, alles gut. Umdrehen, umdrehen. Umdrehen, umdrehen. Komm, komm, komm her, komm her. Der kommt für den Konten, der kommt. Der kommt, der ist jetzt Mokar. Nein, den Fallschieb. Der ist falsch. Mokar kommt. Heb Nick auf, heb Nick auf. Da kommt es Mokar. so jetzt kommt der bot ist zu dumm also was machen wir denn hier also schießt noch mal den zombie, komm 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 jetzt, letzte chance, gib gib oh shit, nick muss sterben wenigstens nick, ne da ist keine gute idee, ich darf bis viel zu weit gib meine cover von vorne, oh kacke, helf ihn, komm nick, komm nick, komm nick, komm jockey, jockey auf mir, jockey auf mir, nick, nick, dreh dich doch mal um du dämlicher vollarsch ah, nee, scheiße, weiter, 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 hier rechts klicken, zwei rechts klicken und dann scharten, so, nächsten rechts klicken und dann scharten, oh, ich liege, jetzt scharten, komm komm komm, mach den Charter kaputt, ja, kann ich nicht, nein, doch, ja, jetzt musst du den Hatter totmachen, auch noch, ich muss ja auch alles töten, wie viele Kugeln hab ich nicht, sehr schön, ja, hinterher wäre noch ein Smoker gekommen, ich sag schon 219, 219, 219, das muss ich, ja, ich bin, komm her, Volker, komm wir uns zum Abschluss, zum Abschluss aber ein, ich will nochmal ein mit, oh, herrlich, oh Gott, heftig.co, was mit, fraulich, was mit, fraulich, fraulich, was mit, herrlich, was mit, herrlich, was mit, fraulich, wir sind getrennt, so, fraulich gibt's nicht, herrinnenlich, sagt man, glaub ich, ach so, ja, ich wollt grad sagen, ich war grad durch die Tür, ich bin gar kein Zombie, gut, alle haben die Uli Packs, das ist wunderschön, bereit, zieht gleich los, warte, bereit, ja, ich wollte gleich drauf, oder, ja, genau, muss man Spaß haben, ohne Spaß, kein Fun, sind wir bereit, genau, Alter, was soll die Scheiße hier, let's fetz, bitte, 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 raus, da gibt's nen Trick, da heißt rechts, Hunter, ich muss nachladen, Alter, was ist hier los, jetzt geht das hier schon wieder so los, wie letztes Mal, ey, Coach verlieren wir am Spawn, Boomer, 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 no, go, 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 ind, nicht", endlich", heute sammeln, Loomer, Ihr seid tot. Bitte. Oh, ritt. Jo, warten. Smoker kommt. Hinter uns ist der Smoker. Rechts. Warte vorbei. Hier ist Adrenalinillpillen. Bitte. Wo, wo? Check it out. Smoker! Pills here! Ach, trau dich doch! Trau dich? Nein, komm! Was zitterst du denn so, hä? Hunter! Ach komm schon! Häh, häh, häh? Was willst du, häh? Was zitterst du denn so? No good, nur Henning ist getroffen. Bleib zurück Henning. Ja, ich bring mich mal hier in Sicherheit. Smoker! Smoker hat mich! Ah, ich hab den schon gesehen aus dem Denzelhau, ne? Was macht der Hunter? Was zur Hölle? Wie? Mann, spawn noch mal, du blöde Stück Scheiße! Weiter weg kann man gar nicht von den sein! Ach, Tank kommt. Ja? Okay. Jockey. Ja, auf dem Platz, warum seid ihr nicht auf dem Platz? Wenn der Tank kommt, dann müssten wir hier durch das Loch durch. Nadelöhr. Durch das Nadelöhr, dass wir hier auf dem Platz sind. Ah! Wer hat er mich dann noch gestrichen, weil er schon vorbei ist? Naja, ich hab die angeguckt. Oh ja, ich hab... Oh, der ist ja... Tank kommt! Wo ist er? Einige musst du nur da bleiben! Einige musst du nur da bleiben! Vollkommen umdrehen! Einfach nur da bleiben! Ein, zwei, der mich noch gekriegt hat! Okay, haben wir Feuer? Kein Feuer! Doch! Hast du? Ja! Er kommt! Gut, brennt! Vorsicht! Der brennt, der brennt! Zurückziehen! Okay, Coach soll sich gleich nochmal auf das Bein... Dieger! Ja, mach den... Warte, jetzt muss ich... Ja, jetzt mach den Weg! Geh da durch! Jetzt musst du da durchgehen! Geh da durch! Oh Gott! Ich hab blöderweise... Keine Munizierung mehr! Schieb! Lauf, 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 lauf! Vor, 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 vor! Vorsicht! Die austänzeln lassen! Lauf weiter! Lauf weiter! Das ist dich! Weißne! Halt ihn auf! Kümmer dich um Henning! Kümmer dich um Henning! Ja, sch, sch, sch. Charger! Was zur Hölle? Wie? Charger! Oh, ich bin tot! Scheiße! Geil, 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 geil! Lauf weiter, lauf weiter! Wieso kann ich dich denn nicht greifen?! Was ist denn das?! Scheiße! Komm zu... Oh! Er kommt zurück, ja? Ja, das ist doch nett, dass er uns... Zurückbringt! Dann müssen wir nicht nach vorne laufen! Ich bin nicht kaputt hier in Sophie! Ja, ist doch alles gut! Wir sind auch hier! Es wär ja schlimmer gewesen, wenn er in die andere Richtung gelaufen wäre! Ja! Ja! Alles gut! Noooo! Weg bitte Bums! Nein! Was, der ist tot?! Nein! Und zack, der nächste! Geil! Geil! Mach mir hoch! Ja! Das wär natürlich jetzt heftig! Ja, den hab ich noch verteidigen! Ja, den hab ich noch verteidigen! Nee, lass, verteidigen wir dich! Das hat keinen Sinn! Mach was! Mach was! Ja, sehr gut! Oh! Scheiße! Ja! Ja! Schade! Aber jetzt ist es besser! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Das ist jetzt deine Chance! Verteilen! Verteilen! Heilen! Nein! Rechtsklick! Rechtsklick! Umdrehen! Heil dich erstmal! Heil dich erstmal! Alles für die Sicherheit! So, jetzt heilen! So, jetzt heilen! Bitte weg! Weg! Oh, was denn?! Hunter! Hunter! Geh zu! Ja! Ja! Komm! Heil dich sofort! Jetzt erstmal Ruhe! Guck mal, warte, 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 warte! Oh! Oh! So, jetzt! Danke, Leute! Hat er irgendwann noch Pillen oder so? Ne, ich glaube schon. Muss ich mal gucken, worum das liegt. Was ist denn mein Ping dicht oder so? Schöne! Mein Sound, mein Sound wird dann sehr ruhmäßig eingestuft. Raus! Ich hab dich auch gerade erst geheilt, ne? Ja! Smoker! Schnell! Ja, schnell ist von Henning, du! Komm schon, leg dich hin, Henning! Meine Güte! Jetzt kommen wir mal nach vorne, ne? Komm, 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 komm! Der Spielsound oder mein Sound? Hinter euch! Jockey! Hör auf mit dem Rechtsklick! Mann! Mann! Komm weiter, komm weiter, komm weiter! Lauf doch! Mann! Sind hier ordentliche Waffen? Ist hier Munition in irgendeiner Weise? Geil! Ja, da sind Waffen! So! Henning liegt! Sehr gut! Scheiße, Boomer! Hau drauf! Geh die Ecke! Geh die Ecke! Rechtsklick schießen! Scheiße, Jockey! Eine Stimme, okay! Die Horle ist abgelenkt! Ja, mein ganzes OBS war verstellten, bevor ich das gestattet habe! Und Tobi liegt sicher nicht schön! Was soll ich denn machen? Was ist das denn? Ich glaube, er ist kalt, er ist bei dir! Ah, nanananananana! Okay, das war's! Nein! Nein, komm schon! Schieß, 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 schieß! Oh, nö! Ja! Ja! Alter, das hat aber aufgedauert, ey! Ja! Ah, scheiße! Ich hab' ne Geburt, boah! Alter, das war da heftig! Ich hab' ne richtig! Mhh! Alter, ey! Oh, shit! Okay, Tank kann durchlassen! Oh, shit! Oh, Gott! Volkerei! Minim-minimal Puls! Minimal Puls! So, denk dran, ne! Wenn wer Tank ist, ne! Nicht rauslaufen! Stehen wir! Wenn Tank ist, ist immer Tank! Ready? Sehr gut! Hey, Coach, denkt sich so! Nein! Coach, denkt sich so! Nö, ich kann spiel' nicht mit! Ich hab' noch... Oh, ich hab'n Minipack! Boah! Boomer! Guck, ja! Coach! Nicht mal Minipack! Ihr habt'n Jockey! Hallo! Ja! Ich hab'n Jockey! Hallo! Ja! Was für'n Bot, ey! So! Wollen wir Coach noch mal herholen? Ich wecke die Smoketiffe! Ja! Wieso rätst du denn noch raus? Ja! Oh! Nick, echt! Ich hasse dich! Was ist denn mit Coach? Was haben wir denn schon wieder für Bots? Ne, ernsthaft! Dann nimmt sich nicht mal Minipack mit! Ja! Dann komm doch mal her! Läuft jetzt nach hier hin! Nein! Du bist jetzt alleine! Coach! Du sollst das scheiß Medipack nimm, du Vollidiot! Und keine Munition! Okay, du holst! Du holst! Ja! Da kommt'n! Oh, Alter! Ah! Guck mal rein da hier! Das Ziel ist schon aus dem Sample rauszukommen! Ja! Ich werd' gesmoked! Hilfe! Ruhe mal vor der Tür! Hunter hat mich! Schön, schön! Ja, ich hab dich! Schön, schön! Das, was uns eben passiert, das passiert euch jetzt hier vor der Tür! Das wäre natürlich super! So, jetzt weiter! Jetzt aber auch mal Meta machen! Smoker! Smoker! Boah! Was? Nimmst du blöder Vollarsch! Ey! Wir haben nur Kackbots! Kommt hin! Wir stehen erstmal nach! Irgendeiner hatte mir vorhin, glaub ich, gesagt... Ja, das ist nicht aber daran, dass Henning ein Roboter ist! Da können wir nichts gegen machen! Nimm die Pillen mit! Spiele 1! Was denn? Nimm die Pillen mit! Ich kann's grad nicht! Ich bin ja abgeschnitten von euch! Ja! Irgendeiner hatte mir vorhin gesagt, es bringt nichts, die Bots anzuschreien! Hier! Rechts Pillen! Hier! Komm her! Hier bin ich! Spieler 1! Ja! Ja! Spieler 1! 2 Fuß! Komm jetzt her! Ist er gu- Ist er gut, Mama! Ich ess mein Brokkoli! Hahaha! Scheiß! Ist auf dein Angoli! Brokkoli! Ich mag gar kein Brokkoli! Außer wenn er frittiert ist! Das ist wieder herrlich hier, ey! Was machst du denn da hinten?! Ich hab was eingesammelt! Tja! Oh! Fick denn! Aber was denn? Was? Biz! Brokkoli! Hello! Ich hab einen Molli! Weiter, weiter, weiter! Ich hab einen Molli organisiert! Danke! Ja! Das ist nicht gut! Dein Flaming Boomer hat der organisiert! Oh! Ja! Oh ja! straighten sich das rein! Schöne Munition kann man anrufen! Star 1! Brokkoli! Drulla hat mich! Draußen unten nen Charger! Warum bist we doch? Worts sind zu dumm! Du musst herkommen! Du musst herkommen! Du, wenn es mir schlecht geht und die Bots laufen hin, komm unbedingt mit. Es bringt sonst nichts. Ich habe noch 6 Schuss Munition. Nur so am Rande. Und ein Tank für euch. Gute Chancen für uns. So, ich will mich vorher mal heim, bevor der Tank kommt. Vielleicht soll ihr noch mal ein Safe zum nachladen. Ich habe gar keine Munition mehr. Was hast du denn für eine scheiß Waffe? Zum Glück hat die Pistolen eigentlich viel schlossen. Oh, Säure. Oh, super. Das ist perfektes Timing. Coach liegt, würde ich mal sagen. Coach liegt nicht? Was ist das denn? Unfassbar. Coach, du blöder Arsch, jetzt heil dich! Ja, hol dir Coach. Jo. Jo. Sehr gut. So, jetzt Abfahrt. Coach, heil dich. Coach, muss ich erstmal heilen. Ah, er hat sich mitgenommen. Ja, deswegen bin ich auch wieder mit ihm reingegangen. Na los, los. Jetzt renn. Aufteilen, renn. Ich habe ihm das gezeigt. Oh. Bist du ja mein Coach wieder facken. Alter Coach, das konntest du gar nicht sehen. Ist halt echt so. Charger hängt wo? Ja, der verfolgt mich. Ja, der verfolgt mich. Genk. Genk ist da. Ja, geh mal raus. Ach, geh mal raus. Jetzt verdammt mich. Hau b umb, kalt denn da am Nick ab. Du gehst da, ich sei mit der Zunge. Coach, mach maas. Mann! Nick ist schon mal da. Gut. Ja, schön, den hat Molli verbraucht. Dann lass ich mich von Nick beschießen. Geil. Jetzt hau den nächsten. Ja, ich komme zum Luft. Ja, ja, ich komme zum Luft. Hat er. Ja, ja. Hat er. Ja, ja, ich komme zum Luft. Und jetzt die rein und mein kaputt. Es ist doch der Moldi-Volker! Ich hab den doch schon geworfen! Ich hab einen Charger. Achtung komm, hol die Volker, hol die Volker schnell! Ja. Ah, schade. Komm, 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 komm. Geh weg! Schwarzwald! Du hast ganz, ganz schnell hole. Alter, jetzt lauf doch mal, du blöder Vollarsch. Ich hab auch keine Munition mehr. Ich bin echt... Ich glaube, ich geh mal zum Selfroom zurück. Einmal angucken, ich bin echt... Jonas, es ist auch ein Versuch. Lauf zum Selfroom zurück. Lauf zum Selfroom zurück. Lauf zum Selfroom zurück. Lauf zum Selfroom zurück, ich hab keine Munition mehr. Was soll ich denn noch machen? Was ballerst du noch immer so viel du willst durch die Gegend? Lass mich in Ruhe. Lass mich... Ich muss... Nimm ihn. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich, Alter, in Ruhe. Du musst doch den Smoker erschießen. Ja, jetzt hat er dich. Ah, fuck. So, für den Schlammung schränk ich euch. Alle. Den schränk ich euch jetzt. Ja, ich weiß, Bokkuli sind kleine Bäume, aber trotzdem... Er hat das geschrieben. Martin. 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 Was ist passiert, wenn du nicht so oft mitspielst? Diese... 1, 2, 3, 4. Ist ja auch witzig. Ich. Oh. Ja. Ich bin nur noch die 5. Bonsai, ne? Bonsai. Ey, Brokkoli ist kein Bonsai. Nicht? Na. Sieht doch mal so aus, ne? Ah, Gott hilfe. Holst du das Mini mal da? Haha. Die Midnight Riders, wollen wir die sehen? Die Midnight Riders. Den Bock auf die Midnight Riders. So, alle bereit. 1, 2, 1. Tür geht auf. Oh, fast. Ah. Oh, Mann ist tot. Danke. Oh, ich hab den noch. Hilfe. Daniel, wir gehen jetzt mal in die Küche. Und dann sagst du mir mal, was an dem Biomüll falsch ist. Oh. Alles. Genau. Kein Plastik im Bio. Kein Plastik im Bio-Müll. Kein Plastik im Bio-Müll. Ich flieh doch gleich, ne? Mhm. Aber das ist biologisch abbaubar. Nein. Bioplastik. Plastik ist nicht biologisch abbaubar. Doch. Nach 600 Jahren. Äh, 6.000 Jahren. Wollen wir mal nach 60.000? So, ich geh, komm mal hoch. Henning, ich bin dafür, wir müssen, wir machen noch ein Tier für Bio. Ähm. Alter. Lass mich doch mal entscheiden hier. Ich hab' offensichtlich schon ausgelöst. Ich bin hier auf der Tribüne. Jockey, ich liege hier gleich, aber habt euch die Bühne. Habt dich. Oh, ist das euer Ernst? Was soll das denn jetzt? Ich snag mit einer Clash hier kochen gerade, ja? Noch ein Talent. Ah! Gibt es hier irgendwo coole... Bühne oder sowas? Alter, könnt ihr euch mal verpissen hier? Ist ja auch passbar. Alter. Mal ernsthaft, Tobi, bleibt doch mal stehen. Ich wollte einmal kurz... ...Moddy check machen. Alter. Auslösen nochmal, oder was? Effektiv daneben gerannt. Ich glaube, das läuft schon. Oder habt ihr das Ding am Pult ausgelöst? Ja, haben wir schon so viel Horde, dass... ...Hilfe, hilfe, hilfe, hilfe! Alter, echt jetzt! Hier, lass Daniel doch mal ganz kurz... Alter! Ich hab mit Daniel, weiter mit Daniel jetzt gerade einen Moshpit, ja? Ja. Ich liege. Melis! Super. Warte, warte, warte. Vielleicht vielleicht wieder. Hunter. Schon wieder. Vielleicht tot. Ja. Alter, dreimal! Ich bin der Smoker zu dumm! Raus, 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 raus! Cover! Wieso bist du jedes Mal der scheiß Tank? Cover! Weiß nicht, weil ich die meisten Punkte hab, weil ich ein geiler Macker bin. Wo ist der Tank? Da, um links. Weiß, dass du ein paar Macken hast, ja. Unten? Oh, man, auf der Tribüne, auf dem Weg zu dir, Henning. Er brennt. Er brennt, er brennt, er brennt. Was soll das auch? Oh, Chuck, die Triffe. Boi, Silvesterfeuerwerk ist gefährlich, Leute. Triffe, nein! Danke. Help, help! Alter, ich war nicht mehr so krass. Es ist auch, es ist auch... Ja, wir haben, wir haben auch nur Bots. Wir haben... Ja, ich bin tot. Juhu! Kommt noch ein zweiter Tank, oder? Ja. So, äh, Munition. Fällt vielleicht mal nicht schlecht. Ich doch hier. So, könnt ihr mich covern? Wo bist du? Smoker? Ihr habt einen Smoker irgendwo da unten? Gut. Shit. Ja, Alice heilt sich. Alice hat nen Hunter? Was soll mal den Hunter haben? Man muss den immer alles wegnehmen! Was soll das? Aus Gründen, die wichtig sind. Splitter? Ja? Läuft irgendwo so ein dämlicher Clown durch die Gegend? Ja, Tobi, das wirst du im Spiegel. Alice hat zu mir. Alice hat zu mir. Scheiß auf den doofen Bot jetzt, egal. Warum? Wir können doch einfach helfen. Und hier oben ist Molly, geil. Cover? 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 Ja, wo ist der Henning? Ja! Was? Einfach erschießen können. Der ist da hinten links um euch herum. Alter! Ich bin doch hier. Ja, schieß doch mal einer. Ja, hier ist ein Reich. So. Hunter. Hunter, Hunter, Hunter. Alice noch mal. Oh, danke. Oh, ey. Ich treffe auch nicht. Schieß, schieß, schieß. Schieß. Ja, toll. Ich schieße heute. Tank. Ja, toll. Komm hoch. Bei mir. Bei mir. Bei mir. Ja, schön. Nicht durch das Feuerwerk laufen, nicht durch das Feuerwerk laufen. Alter, du solltest die Munition nehmen. Heil dich. Du holst dann meinen Compadre. Warum hilft mir keiner? Ne, ich bin hier die ganze Zeit überarbeitet. Heile sich bekannt. Alles. Alice, du bist auch ein Vollidiot. Das bringt dir den Tank im Sekunden. Das bringt dir den Tank im Sekunden zurück. Beende es jetzt, Volker. Du hast nur noch einen. Du hast nur noch einen. Ja, und ich bin gleich tot. Ja, sei ja. Beende es. Halt drauf. Mit allem, was du hast. Nein, ich bin... Nein! Ja, hilf ihn, hilf ihn. So fahrt, so fahrt, so fahrt, so fahrt. Und jetzt vom... Jetzt komm, lass sie weg, Bot. Lass sie weg! Ja! Endlich macht der Bot mal das, was er machen soll. Endlich! Und der hat es ausnahmsweise mal nicht verkackt. Der Bot! War dann aufregend in den letzten Sekunden, du? Oh, da kommt der Hubschrauber für mich. Ich muss hin da. Mann! Komm her, Hubschrauber, komm her. Ich muss einsteigen. Ja, ich will auch rein. Hm, ich bin so dicht dran gewesen. Ah, kacke. Genau, er hätte eigentlich... Du hättest eigentlich nur hinkrabbeln müssen. Aber nein! Henning ist müde. Schlafen. So, Abfahrt. Warte, warte. Boah, die Affen hier töten. So, Abfahrt. Jocky? Jocky geht noch. Okay. Sollen wir dann safe rum, weil ich nichts sehe? Wäre Jocky eigentlich schon tot? Ja. Ich glaube, ja. Nee, ich höre ihn noch. Nein. Daniel, geh aus der Küche raus. Nein. Du sollst abends nichts mehr essen. Das ist schlecht für dich, Igor. Ja, du bist fett genug. Ja, warum gehst du da dann auch noch rein? Du weißt, dass er da ist und du gehst da dann rein. Du weißt, dass er da ist und du gehst da dann rein. Ich wollte... Ich wollte... Ich wollte meine... Ich wollte meine Schnitzel sichern. Ich... 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 Er hat mein Wacholderbärjoghurt genommen. Den letzten Wacholderbärjoghurt. Ja, Mokka. So, jetzt lass mal Me das machen. Ja, und seht, was aus ihm geworden ist. Haha, also... Und mir sagst, ich bin ganz... was ganz besonderes. Hoben, oben, oben, oben. Ja, mach... mach... reiß an den A da oben. Reiß an den A da oben jetzt. Dreh auf. Dreh auf. Oh, leck mich am Arsch. Nick, mach was. Nick, dreh dich doch mal. Ja, ist das euer Ernst? Komm nach oben. Solltest du den Aal aufdrehen und nicht... Hallo. Du versteckst dich auch noch hinter der Mülltonne. Ja, was meinst du denn? Du musst doch mal gucken. Alter. Alter, war es knapp. Oh, oh. Ja. Ich bleib mir mal Coach aus, ne? Heftig, heftig, heftig. Heftig, heftig. Ach, ja. Ne? Bei Junkers. Oh, dieser dämliche Ego. Okay, irgendwo. Jockey hier. Ne, den anderen. Hä, wieso hat der... Der Spinner hat sich teleportiert. Das ist ja wohl richtig unfair. Oh Volker. Ja, jetzt liegt er. Oh, leg... Gib das Punkt. Oh. Yummy. Ja, genau so. Schade. Ach, da liegt... Da liegt ja noch einer. Ja, da liegt schon. Eben. Ich hab schon... Jetzt rein, nachher, nachher, nachher. Oh, fuck. Ja, Nick liegt. Meine Fresse. Geht jetzt weg, ihr verfickten Scheiß-Zombies. Oh, ich kann nichts brauchen. Oh. Verpiss dich, hau ab. Lass mich schon mal vollgaben. Hau ab. Das ist... Boah. Coach, doch erst mal. Moment, ich heil mich. Meine Fresse, blöder Scheiß. Ich muss das erst mal nachladen. Daniel, nicht mit Motitos-Cocktail in der Woche. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ohne steht nicht drin, ich glaub das nicht. Ja. Boah, das muss mich irgendwie mal ein bisschen... We have guns here! Oh, wir haben keine hier. Schnell mal durchheilen, da kommt gleich der Tank. Ja, Coach hat da oben. Ja, sehr schön, Leute. Nick ist tot. Ja. Und Coach halt hoch. Wir müssen mal zu Coach. Coach liegt auf. Wir haben die ganze Zeit... Wir haben die ganze Zeit ja noch mit. Ja, Coach ist auch schon traurig. Und irgendwo ist Boomer. Ich hab'n Jockey. Und der Tank kommt. Ich hab'n Jockey. Ja. Mann, du scheiß... Boomer, ver... Piss nicht! So, ich seh' nichts mehr. So, ist mir egal. Ist mir egal. Ja, ich weiß auch, dass Boomer ist. Ja. Ja, wenn man zwei Bots hat, das... Ey, das... Zwei solche Bots, wie wir heute hatten, den kannst du nur verlieren. Die waren gut. Die waren heute echt dumm. Ich glaub' unser Botschate ist einfach mal ein Highlight mehr. Das war so hart, was der gemacht hat. Ja. So, dann alles klar. Bis zum nächsten Mal. Das war spannend. Bis zum nächsten Mal.